Ruhig ganz laut haben, du nimmst eh nicht auf! Wo war das denn? Da werden jetzt schon die Polizisten von anderen Leuten gefallen. Ich dachte, dass passiert nun geht hier auf 5. Als er hätte die Karo die haben. Das ist erst der Anfang! Nein, noch nicht. Ich muss noch... Zitat von, ich glaube, dem Imperator, im dritten Teil von Star Wars. Kann das sein? Na, weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang! Let's pretend... Nein, 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 das kommt doch von Count Dooku. Count Dooku? Hä, wie bin... Durch den Bug ist meiner einfach aus dem Auto rausgefallen. Hier ist Panzerwandalismus. Sollen wir den machen? Nein. Wieso? Da kriegen wir doch Geld. Ja, und... Ich muss jetzt erst mal mein Auto wegbringen. Und wohin? In die Garage. Diesen Nelson, den hatte ich noch nie in diesem Spiel. Ich hab nur noch eine... Äh... Tür. Welchen Nelson? Jetzt ist es ja. Dieses Auto ist nicht gerade auf da. Stimmt doch gar nicht. Das hab ich jeden Tag. Ja, Kommentator. Du bist wirklich... Nett. Nett. Boah, die sind alle so nett zu uns. Wir haben uns einen Kuchen gebacken. So, fangen wir dann mit der Mission an. Ja, warte. Achso, du bist ja auch im Haus. Mein Verdienst. Total. Alter, ich muss dir mal angucken, wie das aussieht. Guck dir das mal an. Nein, stell dich dorthin, wo der Schlüssel ist. Was? Guck mal zu mir. Hä? Wie ich reinspringe mit den Pistolen. Ich muss mal gerade den hier wegmachen. Guck. Ja. So, und ich weiß, was wir jetzt erst machen. Steig mal bei mir rein. Autobots, Transform. Nein, komm hier auf meinen... Wo drauf? Auf den kleinen? Ja. 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 Ich guck mal gerade nach. Ich guck mal gerade nach. Aufträge? Nein. Das ist erst der Anfang! Es kommt schon. Nein. Es kommt schon. Wir machen jetzt was anderes. Was denn? Folgt mir. und fliegst du ach du holst hier ein Ding Hubschrauber zum Rupen der war doch mal gut und warum ich da hingefallen bin auch Mensch was soll ich denn machen wegfliegen und die Mission begehen was kann ein Einzelner denn schon tun ich kann die ganze Basis hier zerstören nein ich will nicht mehr leben wo pisst denn du bitteschön unterm Auto wie soll ich denn da hinkommen keine Ahnung willst du mich verarschen nein komm los so fährt man Auto das ist mein Heli haben die plötzlich alle gegen uns tun noch gar nichts können wir doch mal mit der Mission weitermachen ja klar ich brenne ich bin nur raus gegangen was will der denn was will der denn ja mich erstmal in der Zeitung bewerfen und dann ganz schnell abhauen ne Drecksack wie soll ich dich denn in der Zeit noch kriegen nein du fette Frau du läufst hier nicht lang fahrt über die drüber wie ist das denn jetzt passiert ich starte und mein Heli hat gebrannt ist hier Rotlichtviertel ach du du legst dich erstmal auf der Fresse und hast hier so einen riesigen Abdruck dann ja hast du den gesehen nö das ist erst der Anfang komm steck ein nö ich fahr lieber hier mit oh classic GEMA auf 89 GEN was GEMA auf 89 GEN also X-Gen was ist denn damit das ist ein geiles Lied ähm ja ja ich weiß FANTREFF GEMA ja und ja und ist ja mein Channel der gesperrt wird ja kannst du der GEMA auch mal ein bisschen Geld geben GEMA kann nicht mal boah ich hab grad das FANTREFFEN gemacht boah kannst du gut werfen nach mir natürlich ähm ja 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 jetzt hört man sogar deinen stuhl Premiere er hat erstmal ja alles umrahmen fett Prozent bis jetzt los oder brauchen so willst den Moped holen ja natürlich steig auf schnell ja ja